Wusstest du, wenn du nur fünf Stunden pro Nacht schläfst und du ein Mann bist, dass du dann deutlich kleinere Hoden hast? Hallo, ich bin Bodo Schäfer und ich freue mich, dass ich dir heute einige Tipps zum Thema Schlaf geben darf. Das Thema Schlaf ist mir persönlich sehr wichtig. Ich habe viel damit herum experimentiert. Eine ganze Zeit nur drei oder vier Stunden geschlafen und davon bin ich krank geworden. Und dann konnte ich eine ganze Zeit lang nur sehr wenig schlafen, weil ich zu unruhig war. Ich habe also in Bezug auf Schlafen wirklich sehr viel erlebt und ich kann dir darum sehr wichtige Informationen geben. Vor allem, weil ich jetzt seit vielen Jahren sehr gut und tief schlafe und weil ich heute weiß, wie wichtig das ist. Ich habe eben gesagt, dass Männer, die fünf Stunden pro Nacht schlafen oder weniger, deutlich kleinere Hoden haben. Übrigens ist auch deren Testosteronspiegel deutlich niedriger. Und Schlafmangel lässt uns ein ganzes Jahrzehnt altern. Und das ist noch die am wenigsten gefährliche Folge. Das mit den Hoden habe ich natürlich nicht selber gemessen. Das ist von Matt Walker, einem Schlafforscher und Neurologen. Aber ich habe das gerne als Intro benutzt, um deine Aufmerksamkeit für dieses unfassbar wichtige Thema zu bekommen. Ist es nicht spannend, dass wir alles Mögliche lernen in unserem Leben, aber oft die wichtigsten Dinge nicht? Also die Dinge, die wir wirklich oft tun, oft brauchen und mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Zum Beispiel beschäftigen sich viele Menschen nie richtig damit, wie sie richtig atmen. Und dabei ist Atmung so wichtig, weil wir damit unsere Stressängste und unsere negativen Emotionen in kurzer Zeit wegatmen können. Oder uns auch durch eine bestimmte Atmung in einen kraftvollen Zustand bringen können. Und auch über Schlaf denken die wenigsten Menschen irgendwann mal richtig nach. Dabei verschlafen wir halt ein Viertel oder ein Drittel unseres ganzen Lebens. Also Grund genug, dass wir uns damit jetzt einmal gründlich auseinandersetzen. Menschen, die viel erreichen wollen, die sehen Schlaf oft als Zeitverschwendung an. Menschen, die aber wirklich große Leistungen erbringen, die achten darauf, acht Stunden zu schlafen. Zum Beispiel Jeff Bezos war der reichste Mensch der Welt. Der achtet penibel darauf, dass er regelmäßig seine acht Stunden Schlaf bekommt. Und dann auch noch unter den richtigen Voraussetzungen, die wir in diesem spannenden Video miteinander besprechen werden. Warum brauchen wir Schlaf? Kurz gesagt, macht dich Schlaf groß, schlau und gesund. Ohne Schlaf kannst du nicht wachsen. Und ohne Schlaf können sich auch deine Zellen im Körper nicht erneuern. Also auch wenn du ausgewachsen bist. Aber fangen wir jetzt erstmal mit Schlau an. Weil wer will nicht schon gerne schlauer werden und gut lernen können? Und Achtung, um lernen zu können, musst du schlafen. Du musst sogar dein Gehirn auf das Lernen vorbereiten, indem du schläfst. Das hat man genau gemessen. Man hat eine Studiengruppe die ganze Nacht durchmachen lassen und eine andere Gruppe hatte einen normalen Schlaf. Und dann haben beide Gruppen einen Test machen müssen. Was war der Unterschied? Eine Einbuße von 40 Prozent bei denen, die nicht geschlafen haben. Hey, 40 Prozent. Das bedeutet, dass du entweder mit deiner Prüfung ein Top-Ergebnis hast, das bestehst oder durchfällst. 40 Prozent Leistungsunterschied ist schon echt krass. Und das nur in einer einzigen Nacht, nach einer einzigen Nacht. Im Wesentlichen verantwortlich dafür ist ein kleiner Teil unseres Gehirns. Das ist der Hippocampus. Das können wir uns so vorstellen wie den Posteingang unseres Gehirns. Wir bekommen also dann alle Erinnerungsdateien hier, die empfangen wir hier, die wir dann abspeichern. Wenn du Schlafentzug hast, dann macht aber dieses Gedächtnispostfach einfach dicht. Du kannst dann so viele neue Dateien dahin schicken, wie du willst. Die werden einfach abgewiesen. Die Tür ist zu. Du lernst dann ganz genau nichts. Als Faustformel gilt, für zwei Stunden Input braucht das Gehirn mindestens eine Stunde Shutdown, um das Ganze verstehen zu können. Also Schlaf. Und damit ist dann hier der REM-Schlaf gemeint, also dieser Rapid Eye Movement Schlaf. Und in dieser Zeit werden die Inhalte aus dem neuronalen Kurzzeitspeicher ins Langzeitgedächtnis befördert und dann da auch dauerhaft verankert. Sprechen wir aber auch über gesund. Wenn du jung bist, dann wirst du jetzt nicht darüber nachdenken, dass du irgendwann mal dement werden könntest oder Alzheimer bekommen könntest. Aber spannend ist das schon, was ich dir jetzt hier sage. Man hat festgestellt, dass zwischen Demenzerkrankungen und Alzheimer und Schlafmangel ein direkter Zusammenhang besteht. Ganz genau gesagt, wenn die Tiefschlafphasen zu kurz sind, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dement zu werden oder Alzheimer zu bekommen. Noch ein paar Fakten. Die Zeitumstellung ist ja ein großes Experiment, weil jetzt Schlafforscher das nutzen können, um Dinge festzustellen. Nämlich, wie sich das auf unsere Gesundheit auswirkt. Wusstest du, dass im Frühling, wenn die Zeit ja eine Stunde vorgestellt wird, wir also eine Stunde Schlaf verlieren, dass sich dann bereits am nächsten Tag die Anzahl der Herzinfarkte regelmäßig um 24% erhöht. Übrigens im Herbst, wenn wir eine Stunde mehr schlafen können, weil die Uhr ja dann zurückgestellt wird, geht die Anzahl der Herzinfarkte um 21% zurück. Übrigens nicht nur der Herzinfarkte, sondern wir haben auch entsprechend weniger Autounfälle, weniger Verkehrsunfälle überhaupt und auch entsprechend geringere Selbstmordraten. Zu gesund müssen wir noch was wissen. Es gibt in unserem Körper Killerzellen. Das sind so eine Art Geheimdienstagenten unseres Immunsystems. Die zerstören Zellen, die gerade so ein bisschen entartet sind, die also dann zu Krebs werden können. Und diese Killerzellen sind für uns unfassbar wichtig, denn ständig entarten irgendwo in unserem Körper irgendwelche Zellen. Wenn du es genau nehmen willst, bekommt jeder Mensch viele Male am Tag so eine Vorstufe zu Krebs. Aber die Killerzellen machen diese Tumormasse platt. Aber Achtung, wenn du nur eine Nacht weniger schläfst, also in dem Beispiel, das hier gemessen wurde, nur vier Stunden, dann hast du einen Abfall, also weniger, von 70% der natürlichen Killerzellenaktivität. Das heißt, die Wissenschaftler können heute, Schlafforscher können heute ganz klar beweisen, dass wer wenig schläft, eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit hat, Krebs zu bekommen. Lass mich das nochmal sagen, weil es so wichtig ist. Wenn du zu wenig schläfst, hast du eine gesteigerte Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen. Auch das hat die WHO erkannt, die Weltgesundheitsorganisation. Sie hat festgestellt, dass jede Form von Nachtarbeit eine potenzielle Gefährdung für eine Krebserkrankung beinhaltet. Du weißt vielleicht, dass es diesen alten Spruch gibt, schlafen kann ich, wenn ich tot bin. Alexander der Große soll das gesagt haben. Es hat aber auch gar nicht so unfassbar lange gedauert, bis er gestorben ist, nämlich mit Anfang 30. Also dieser Rat ist wirklich tödlich. Du kannst sagen, je kürzer dein Schlaf ist, desto kürzer ist dein Leben. Es gibt natürlich Menschen, die damit geprotzt haben, nur wenige Stunden zu schlafen. Ich habe die studiert. Fast alle haben sie ein Ende genommen, das du nicht wirklich haben möchtest. Du kannst also sagen, wenn du genug schläfst, wird alles in dir hochreguliert, was dich gesund hält. Und wenn du wenig schläfst, wird alles runterreguliert, was dich gesund hält. Und statt Gesundheit entsteht dann Stress. Ein Stress, der dich krank machen kann. Tumore können entstehen, Langzeitentzündungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Also halten wir fest, genug Schlaf macht dich groß, macht dich schlau und macht dich gesund. Und wenn du wirklich über olan Schlafrag atmest. Untertitelung des ZDF, 2020